Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay, das nehme ich offen. Was ist das? Die Superband hatten Komm schon, steig nach oben Sorry, ich pisser, ich wohne ein Auto Okay, das war's What the fuck, Gustavo, shit Had enough of you assholes on welfare fucking with me Oh god, tanzt doch mit deiner Vorzeuge Oh, please, no Okay, zum Glück nicht Warum hast du kein Kleid? Warum bin ich der Einzige nicht im Blau? Wochen geht ja so langsam Halbnackte Frauen bekommt 5000 Abwurz Wie steht's mit unseren Männern im Blau? 5001 Das war's What the fuck Das war's Aufget Okay Okay Eh Oh, okay Was? Was ist denn? Moment. Um uns zu helfen, zu verleben. Ja, weil wir so gefährdet sind. Wollt auch noch weiter, warum teleportiert sich Lilith nicht weg? Ich nehm das... Boah, Leute. Alle... Äh... Warum ist es bei mir jetzt... da oben, die ist einer? Was? Chatdings. Wo oben? Na doch, okay, ist weg, ist weg. Hm... Ich kann ähm... Französischen Rauch machen, oder halt blauen Rauch. Das schaut bei Dämmerung so aus wie grün. Es gibt keinen Unterschied zwischen grünem und blauem Rauch, wenn Dämmerung ist. Na ja, mein magentafarbene Rauch sieht aus wie kotze, wenn Dämmerung ist. Wer sagt, dass das nicht kotze ist? Das ist eine gute Frage. Ja, mal sehen, ob die T-Vex das jetzt übersteht. Was ist denn? Der ist eine gute Idee. Der ist eine gute Idee. Ähm... Okay... Warte mal, kann ich zu dir kommen? So? Ne, stell ich mir selber grad die Frage. Ne, ich bin halt auf dem Weg zu dir. 1400, 1300, 1000 Metern. Äh! What the fuck? Was ist da gerade passiert? Ja, HA Munition. Bist du im Wasser? Naja, ich bin durch das Wasser geflogen quasi. Also, wer der nicht durch Fallschaden stirbt, ne? Was machst du da hinten im Wasser? Oh, der nicht zu dir kommt. Lämmau. Der hat einfach volle Kante überlebt. Hast du drauf geritten auf dem Ding? Ja. Wie sieht da der Ausblick aus? Äh, aufgenommen. Oh. 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 Wunderschön. Da, endlich. Pistig. Oh, da ist Wasser! Da ist Wasser! Da ist Wasser! Da ist Wasser! Die! 500 Meter, 600 Meter, 700 Meter, 800 Meter, 900 Meter, 1000 Meter. Aber. Splash. Toadstone! Toadstone! 33, Mayday! Wir haben zahlreiche Verluste! Bereit machen für Titanfall. Oh, guck! Ich war grad zu hauen, guck auf! Hehehehe! Alles klappt! Das ist für mich! Es war kein Sound! AAH! 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 Oh mein Gott! Du musst ehrlich sagen, was das ist? Ja, ja. Nur mit... Warte! Ich häng... ich häng da was... Ich häng da fest! Ich häng da fest! Niko! Ja, ich häng da fest! Ja, ich häng da fest! Äh... Okay... wo bin ich? Ähm... Hehehehe! Hier gibt es eine Musik im Wingssystem! Gegist! Es ist oder! Ähm... Hehehe! Gibt es nicht... Kann ich hier was rausholen? Schnell da bleiben wir außen! NEIN! Komm durch die Sekunde! Hör auf im Lichtgeschmink zu reden! NEIN! Ich rede jetzt erstmal 10 Sätze gl- So oft habe ich schon gegillt? Äh! Ok! Ok! Guck mal da oben! Wie viele Banditen die da feiern? Äh! Ha! 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 Ok! Ha! Was ist das für Geräusche? Das ist der Fall! Schau! Ja! Mach! Was ist die? Angehört! Ich feuer jetzt einmal meine Schrobplatte ab! Äh! Du hast das Spiel verlassen. Gab es mit dir irgendwelche Performance-Probleme oder so? Kann man das Performance-Problem nennen? Was ist mit dir genau passiert? Oh, wir haben Mark eingenommen. No, no, I don't want to die. Eeeer okay. Okay. Das ist... ... 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 Ja, nur gerade wurde der Tod von Padme Amidala und die Geburt der Dings nachgestellten in Lego, das sah einfach nur scheiße aus, man hat so plopp, plopp. Die Mutter, guck die beiden an, tot. Feinster Lego Humor. Ja. Ich bin tot. Ah, kommt schon. Der letzte. Ah ja. Das war aber hier mit Glück als Verstand. Oh, einer noch. Okay. Hallo. Oh, hier oben ist nichts. Nichts. Nein. Nein! Ach, da kommt was. Richtung Süd. Südenhund. Da ist die untere 260. Da. 160. Da hinten ist einer. Äh, hinter der Buschgruppe. Oh. Ach so, das ist ein NPC. Äh, Spieler, aber nicht. Ah, da, wir sind schon auf der Karte. Ja, das ist ein Spieler. Ne, ne, das ist ein Gegner. Ja. Da, jetzt. Ja, leider kann ich doch nicht sehen, wie bei... Ja, 200 Meter am Kreis. Was passiert? Ich werde bestimmt wieder mit einer Hand. Nein. Hey. Geht's bei dir? Kann das noch mal. Ach, da muss ich jetzt gehen. Oh. Oh. Ah. Was kann... Hab gesehen, der Heli schießt auf dich. Kann ja nur hier drin irgendwas sein. Kannst du mich bitte wiederbleiben. Ich hab kein D. Ach so, umgefahren. Ja, okay. Das war aber, ne. Aber nicht umfahren. LOL. Hat die... Was hast du auch weggetürtet? Ja, und? Ah, noch. Oh, oh. Hii. Hier ist deine Waffenkiste. Äh. Äh. Du bist aus dem Nichts einfach aufgetaucht. Äh. Du bist aus dem Nichts einfach aufgetaucht. Du bist aus dem Nichts einfach aufgetaucht. Vielen Dank. Kannst landen. Oh, keine Gegner. Also. Ja, stimmt. Ich kann's doch machen. Oh, shit. Fuck. Was? Du willst du auch? Ich wollte dir gerade eben was sagen. Da hatte ich irgendwie das Problem, dass eine Drohne in meiner Helikopter gekillt hat. Hahaha. Check mal. Hahaha. Hahaha. Äh. Ach der Scheiße. Hahaha. 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 Wie viele Feinde sind plötzlich bei dir? Ein paar. Und Zivilisten. Ah Das war es. Wie viele Zigoten habe ich noch? Äah. 20. Okay. Ist mein Helikat explodiert? Hahaha. Ah. Dokumente hier. HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄH! Lol. Hahaha. Was? Er dauert und ich sterbe! Äh! Ich häng fest! Wie weit kann er mich bitte noch entdecken? Wenn der Gegner halt rumsteht und das ist eigentlich ne höheren Spähigkeitsgrad Naja Ja, in dem Sinne ja, er stand Hubschrauber im Anflug Ganz über Hubschrauber im Anflug Steig doch an du Fotze! Hubschrauber im Anflug Was? Sie ist so sinkend Hubschrauber im Anflug Hubschrauber im Anflug Raus aus dem Auto sofort! Machen Sie es nicht schwerer als nötig! Äh! Gegner spawniert dich vor mir Aufnehmen! Aufnehmen! Sack dich! Boah! Alter! Hubschrauber im Anflug Ich würde nicht sagen, dass das knapp war, ne? Tobi Guck, guck einfach mal auf die Karte Und zieh die Drohne zurück Ich würde nicht sagen... ... Ich würde auch nicht sagen, dass das mal funktioniert ... ... ... Das hat gesessen was. Schwierig interessant. Hättet ihr gedacht, dass es so enden würde? Was ist das für Scheiße, ey? Eigentlich fangen wir oben auf die Lampen. Ich werde kaputt machen. Oh, scheiße. Äh! Hahahaha Den hacken Aber Jörn... Hättest du gedacht, dass ich jemals enden würde? Hättest du so mal denken, dass ich die Fresse halte? Unlock Das hat doch bestimmt ein Passwort Na, was hat der so... Möglichkeiten... Unlock Was war der Code? Hahahaha Er hat den Panzer geknackt Jetzt auf jetzt Ja Was war der... Was war der Code? Eins, zwei, drei, vier Alter Ja Können wir den nicht kleben? Äh... Ja, das geht, du kannst den Code ändern Du musst doch mal gucken, was der Wert wäre Man kann auch... Man kann einfach Code ändern 500.000! Ja, okay, Verkauf T80 UK Hast du schon getestet? Ist das hier ein, zwei, drei, vier? Ja Ich muss mal den anderen Fahrzeugen Ähm... Das geht... Das geht bei jedem Fahrzeug Was? Eins, zwei, drei, vier Ne... Bei einem Traktor ging's Beim Traktor ging's Ja, der Panzer ging's, weil der auch wahrscheinlich so einen... Hier ging's auch beim Kart Guck mal, ich test mal den hier Oh Halla Das waren alle Raketen Irgendwas ist... Ja, eins sogar hier... Hier eingeschlagen Ja, die schlagen hier bei mir alle ein Uff... Er hat's auf dich aufgesingen Ja, ja Ja, war ganz knapp, mein Junge Ähm Oh, nice Mama Oh, ja Zurück fliegt alles rüber Ja Ich hör die Auffalle Hallo Paul Ah, jetzt geht's los Hat irgendwas bombardiert? Ich steh mal hin oder so Keine Ahnung Er muss auf die Seite werfen oder so Auf die Seite werfen Vielleicht einklemmen irgendwie Keine Ahnung Keine Ahnung Die sind aufgestiegen Ja, die sind aufgestiegen Hey, wir haben ein Panzer Der Panzer sei Ja, nur so sehen wir rein Ich möchte ein great job hören Es ist ja kaputt Der ist... Links Hinter uns Äh, ich mein rechts hinter uns What the fuck Ständig Gefährlicher Heddy Achso Wir gehen nochmal Radar Scheiß drauf, einfach Äh, wo ist der hin? Äh Was fliegt da? Ich bin ein bisschen hinter Soll ich mal in die Nähe davon fangen? Was ist der hin? Oh Allah Er hat getroffen Oh Allah Er hat getroffen Oh Allah Super So aquele Oh man Ich bin kein Ich nehme mich mal kurz mit vor ich mal ein höchsterDP hit zum N trifle Na dann Gas 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 Was? Ich brauche meine Waffe. Danke. Ja, ich bin gerade gegen die Läche gefahren. Gegen die Unsichtbaren, oder? Ja. Vielleicht zu zerstören. Damit gletschen habe ich die Erfahrung. Ich auch. Was passiert? Mein Fahrzeug stand auf dem Kopf. Ne, nur die Helikopter auch nicht treffen. Wenn ich den jetzt treffe... Was war das? Getroffen. Ich habe es gesehen. War das ein Gunship? Ja. Genau, einfach mal alles umparken. Ja. Oh, ich stecke hier auf dem Kopf. Wie hast du das denn bekommen? Äh... Wieso kann ich eigentlich mal rein, um Geld einzuzahlen? Ich wohne uns auch in den Schrank, wo du Geld einzuzahlst. Er wurde. Hä? Wo? Ja, hier! Unter dem Vorder. Gib ihm! Oder was? Du hast die ganze Zeit so ein Locker, wo du Geld einzuzahlen kannst. Ich bin auch immer wieder in das Gebäude reingelaufen. Wo ist das? Äh, hallo? Hilfe? Was machst du da? Ach, wenn ich den Helikopter gefahren bin. Versehentlich. Hoiii! Hoiii! Oder... Hoiii! Huiii! Und ban! Oder auch nicht. Du glaubst, du glaubst das selber nicht. Ich bin später resistent. Ich behaupte, du kriegst einen! Ja, wahrscheinlich. Nein, bekommst du keinen! Du warst... Äh, du warst... Was ist los? Ja, hier oben ist noch ein Gegner. Nicht sehen. Hör einfach mal alles weg, ey. Jetzt nicht mehr. Es ist hinterm Berg. Ich hab doch liegen. Läuft doch nicht weg. Er hat nur einen Schuss, wirst mich verarschen. Ich komme hier zu Hilfe. Ich bin tot. Was passiert hier gerade? Ich hab ihn. Was war das? Das ist immer ein taktischer Chaos. Der Empi... Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Das ist das. Jetzt werden wir in wandering. Ich bin tot. 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 Nicht dein Ernst, jetzt. Ich stecke mir ziemlich hart schweiße fest. Ja, dann Tito ist kaum... Ja, genau, das dachte ich mir. 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 LKW ist weggeflogen. Du hast mit dem Rhino zwei Bäume gefällt. Ja, genau, das dachte ich mir. Ja, genau, das dachte ich mir. Ja, genau, das dachte ich mir. Oh Gott. Was? Dieses Haus? Ja. Stört es dich? Bisschen. Welches Haus meinst du? Ja, die verschwinden jetzt schnell. Ja, die verschwinden jetzt schnell. Ja, merke ich schon. Ja. 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 Ich bin da. Okay. Ich bin gegen Helikopter gefahren. Der hat sich einfach mal weggeportet. Ja. Ja. Der liegt hier bei mir. Nein, der ist wirklich, ähm, Richtung... Ja. 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 aus. Hey... ...hörst du... Ach nur, dass... Mein Fahrzeugrad auf der Seite lag, ich es geflippt habe und der es ins Jenseits befördert hat. Ich mach erst mal meinen Hubschrauber. Das war's. Wo war deiner? Meinen hab ich schon, äh, meiner ist leider schon kaputt gegangen, leider. Das ist echt erstaunlich, wie viel die aushalten. Der hält ja mehr aus als ein, äh, Iphone. Boah, what the fuck. Na, aufnehmen. So? Aha. Nice. Okay. Ah, ich seh welche. Das sind... Du solltest vielleicht doch mal zu mir kommen, weil Richtung Turm 3 und so ist echt ne Menge los. Äh, Moment. 800 Meter. 800, 800, 800, 800. Boom! Fresse. Wenigstens drei Personen, äh, Tower 3. Oh, den nächsten voll in die Fresse. Peng, 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 voll in die Fresse. Alter, den nächsten drei hintereinander. Peng, voll in die Fresse. Boah, das war aber jetzt nicht nett. Lebst du noch? Lebt noch, ja. Unterwegs. Ich hab mal den Helikopter runtergeholt. Vier Kills. 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 Kano. Vier Kills. Vier Kills. tal just anything fuck your fault well if the prices stupid goes up five bucks a barrel I'm drilling a hole in your head first pal hey asshole don't go shooting off fancy fighting words if you ain't got the brass neck to back them up mother of god Untertitelung des ZDF, 2020 Oh cool, hier fliegt ein Fahrzeug durch die Gegend So, jetzt werde ich Position wechseln müssen Schade Hä, hat jemand auch hart in den? Ja, als ob das aber gerade abkackt ist Ja Shit Ah, jetzt wird es wieder Ja, ich weiß Ja, ich weiß not Den Nebiot ай Oh, ich wusste gar nicht, dass man durch den Polkenmast durchschießt kann. Na, die Kugelzonen vermeiden den Sachen, das ist mir sehr schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe einen feindlichen Soldaten gezichtet, ober! Ja, das mal frage ich mich bei D bei Shanghai, ob die hier auf dem Dach sind oder nicht. C oder D? D. Da am Mall, wo du im Team Defenspielst. Wenn sie jetzt oben sind, dann wird das drei Kits sein. Kann man meistens mit Ranzoom und Thermalsicht sehen, wenn die sich bewegen. Ah ja, ich hätte ja immer verheißen, ne? Drei, ja, vier, fünf, fünf Kits. Wow, auch nicht. Wenn man denkt, man macht gleich ein Multi-Kill und dann hauen alle Gegner ab. Oh, eins, zwei, drei, vier, vier Kits. Oh. Achtung! Einflatskraft! Mann! Da ist das aktuelle Einflats-Typ! Guck heute auf der Karte zu. Der Anglosswert hat wirklich viel schneller gedreht als der Schrift. Guck. Mäh. Ja. Was los? Die Pistole hat bei mir geschossen. Mö, ich habe okay... Head to the FIB building, through security, and take the elevator to the upper floors. Oh, eh. Oh, der Typ ist im Wasser hinter uns irgendwo. Äh. Hast du den gerade gewoat-killt? Ja. Und... ...dur sind wir am Bandari könnten. Äh. Oh, ich bin auf... ich trete auf unserer Ware frei. Okay. Oh, ne Gott. Sachen markieren. Oh, ich sehe Heli. Ah, C4 neben uns. Neben meinem Park, C4. Wird gerade aber... Da recht bei meinem Park ist das, äh, zu viel tief, das noch hat und alles rund. Ja, 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 ja. Na, Fresser. Oh, der Typ steht da. Tch. Ja, ferne, das ist ein Punkt. Hat sich hingelegt. Dann hole ich mir. Ja. Oh, hier ist noch einer. Die Auto in der Hintergrund. Was denn hinterher? Die Auto vor dir. Ja. Hahahaha. Na, kann ich nicht so irgendwo ziehen. Kriegst du ihn da richtig? Hm, naja. Nä. Ja. Uuuuuuuuuuuu. Scan nach Feinverzeugen auf der Rücken. Halten Sie sich bereit. Nein. Los doch, Mann! Los! Action! Action! M. Hachschubsin. Ein... Bitte sehr! Du bist wieder so gut wie neu. Danke, Bruder! So. Ich hab' zu Freide gespuckt. What?! Aber ich kann dich nicht beleben. Eier, was hast du für'n Raucherhusten? Ich glaube zweimal, dreimal über den Gegner rübergesprungen. Also hätte ich rübergeklettert. Und die suchten mich die ganze Zeit. Ich spreche immer weiter über die Rübe. Und die finden mich einfach nicht. Ich habe gerade geschafft, zwei gleichzeitig wiederzuleben. Mit einem ... ... zerbinden. Ich ... ... Ich habe es geschafft, jemanden wiederzuleben, der den gleichen Atemzug von der Granate gekillt wurde. Ooooooh Aber mein Siegpunkt ist ein Schau, kein Brumbo bei, also Alter, das war aber knapp Das war Michael, ey Ja Oh, er hat gegeben AAAAAAAAH! NEEEIN! Iiiiiihihi Baa Böge Messer Oh, eissens Rakete bereit, an der Klasse da AAAAAAAAH! AAAAAAAAH! Alter, ich mach ein Multicill nach den anderen auf Perlmarkt Gott, du spielst Perlmarkt Der Pfizer besprengt Er hat seinen Einsatz für Alpha angemacht WTF Ist ja hier Einen effektiven Scheiß WTF WTF Warte, warte, warte Andersrum, Nico, du gehst wieder auf den Beifahrersitz Oh Gott, äh Dann hast du freie Sicht So, du lass hinten gehen Ciao Hm, schade Bis dann vorhin Die zwei Phases Bei Phases kann man nicht Verpass nehmen WITHIN WIEI FUH Alter, du wittrich auch mal der Wasser ist SCHREI Verpackt BID 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Du sollst dir lieber wegen dem Flugzeug Sorgen machen Die meisten Menschen sind schwach und zerbrechlich, aber du hast echt was auf den Rippen, Mädchen Wer wird mich wohl im Film spielen? Darf ich da überhaupt drüber reden? Irgendwas Tut mir leid, ich habe leider nicht die Mindest-Skill-Anforderungen, um dieses Spiel zu spielen Boah, Alter, ist ja echt ne Scheiß-Uns... Ich sag nichts dazu Alright, hol mich ab Ich wollte grad anhalten Okay Ich wollte grad sagen, kann ich dich weg-jusen? Warum ist hier ein Auto? Du fa- Hast du eigentlich wie das ausge- ähm, außer als es weggegangen ist? Das Auto ist einfach losgefahren wie bei Harry Potter Das Auto ist einfach losgefahren, um das zu sehen, wie du ihn gesagt hast, oder? Cool, Inventor rein! Du existierst! Ja, wortwörtlich! Ja, wortwörtlich! Etwas, äh, war, du hast Windneuys! Au, 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 au! Das geht so gut, ne? Aufgenommen! Okay, mal! Das kannst du machen! Ob du dich gleich damit angucken möchtest! Was hast du? Nichts! Warum? Weil ich den Baum abbauen wollte und hab den Block da drunter abgebaut. Und dann hab ich aus Versehen noch mal den Block da drunter abgebaut. Aufgenommen! Komm schon! Lass mich da ran! Es ist so hoch, bis ich verarsche, ich muss nicht einmal Hölle bauen. Mein Gott! Da ist sie! So, ich will hier weg! Weiß ich! Ja! Mein Gott! Halt's Maul! Verpiss dich, du hässliche Nutte! Gott! Wie oft er mich schl- Was ist jetzt schon wieder? B- 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 Alter! B- 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.